In diesem Video, meine Damen und Herren, werde ich so bullisch sein, dass wir fast schon Hörner wachsen, denn wir haben heute mal wieder wunderbare Daten für die Aktienmärkte bekommen, so als hätte man sie am Reißbrett entworfen, könnte man fast sagen, geht nicht besser. Totales Goldilocks Szenario, wollen wir uns im Einzelnen mal anschauen. Die US-Arbeitsmarktdaten besser als erwartet. 850.000 Stellen, Korn sind zwar 700.000, das ist schick, denn die Zahl ist etwas besser, aber nicht zu gut und sie ist auch nicht zu schlecht. Also das war so ziemlich das Beste, was passieren konnte und vor allem die Stundenlöhne sind weniger stark gestiegen als erwartet. Das hat die Inflationssorgen ein bisschen gedämmt, die Renditen für US-Staatsanleihen ein bisschen nach unten gegangen, die US-Futures sind nach oben gegangen, der S&P und den Nasdaq mit den neuen Allzeithochs. Und das obwohl mehr Aktien fallen als steigen, aber egal, Aktien kauft eh keiner mehr, sind ja eh alle in Indizes drin über ETFs etc. Dementsprechend ist das fast schon egal, es zeigt nur, dass da irgendwas mit der Struktur vielleicht nicht stimmt, dass da also irgendwie die Marktbreite nicht okay ist, aber gut, ich wollte ja in diesem Video deutlich bullisch erscheinen. Wenn wir uns die Arbeitsmarktdaten mal angucken jetzt aus dem Juni, dann sehen wir alleine 230.000 neue Lehrerstellen. Also da gibt es Bedarf bei den Amerikanern nach Bildung. Und etwa dieselbe Zahl nochmal hier bei Gastro-Bereichen, also Barkeeper, Kellner etc. Also die Hälfte der Stellen sind Kellner und Lehrer. Das sind die neuen Trendberufe, wie es aussieht in den USA. Also das ist sehr stark wieder im Dienstleistungssektor insgesamt aus dem produzierenden Gewerbe, ist nicht so viel gekommen. Mohamed El-Erian hat folgende Grafik hier gemacht, hatte mal die Goldilocks-Thematik so ein bisschen hinterfragt hinter diesen Daten. Ja, wir haben bessere Arbeitsmarktdaten gesehen, aber wir sehen, dass die Labour-Force-Participation gleich geblieben ist. Also der Anteil derjenigen, die überhaupt noch nach Arbeit suchen, hat sich nicht erhöht. Das ist eigentlich nicht so gut. Auch Employment to Population nicht, also die Zahl der Beschäftigten in Relation zur Bevölkerungszahl. Ja, wir haben höhere Stundenhöhle gesehen, wenngleich eben nicht zu hoch, Gott sei Dank, wie viele sagen. Aber wir sehen, dass eben weniger Stunden gearbeitet wurden. Das ist ein bisschen merkwürdig in einem solchen Boom. Und wir haben mehr Frauen hier beteiligt, aber wir haben höhere Langzeitarbeitslosigkeit jetzt gesehen. Auch höhere Arbeitslosigkeit bei Minorities, also bei Minoritäten. Und wir haben eine tiefere U6-Arbeitslosigkeit, aber eine höhere U2-Arbeitslosigkeit. Aber Schwamm drüber, das zu erklären, ist jetzt zu kompliziert. U6 ist wahrscheinlich die beste Kategorie für den US-Arbeitsmarkt. Die anderen Daten, diese Non-Farm-Payrolls, die sind so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, anfällig für bestimmte Eingriffe, könnte man fast sagen. Jedenfalls sehen wir, dass die offizielle Arbeitslosenzahl, die Prozentzahl, ein bisschen nach oben gegangen ist wieder. Dennoch bräuchte es jetzt nochmal 6,76 Millionen Jobs, um dann auf Vor-Corona-Krisenniveau zu sein. Das wären also um und bei achtmal solche Arbeitsmarktdaten wie heute. Dann hätten wir komplett die Corona-Krise zumindest am Arbeitsmarkt ausradiert. Die Wahrnehmung der Wall Street ist total bullish bei diesen Zahlen, wie hier von Kate Moore von BlackRock, die gesagt hat, ja, das war natürlich eine Goldilocks-Geschichte für den Aktienmarkt. Aber ich glaube nicht, sagt sie, dass das etwas an der Haltung der Fed ändert. Und wahrscheinlich ist das auch so. Das wird jetzt sicherlich nicht der Game-Changer gewesen sein für die US-Notenbank. Sven-Henrik bemerkt hier, ja, wir haben bessere Jobs, zeigt, dass die Wirtschaft besser läuft. Aber wir haben höhere Arbeitslosigkeit. Das ist dann für die Fed eine Ausrede, um dann doch vielleicht nicht die Geldpolitik strafen zu müssen. Naja, sie werden schon etwas tun in Sachen Tapering, in Sachen Reduzierung der Anleihekäufe. Davon ist auszugehen. Nochmal zu den Arbeitsmarktdaten. Wir sehen hier die Seasonal Adjustments. Alleine im letzten Monat, also die saisonalen Anpassungen, eine windelweiche Wachskategorie, die bei deutschen Daten wahrscheinlich niemals angelegt werden könnte. Denn da ist natürlich Tür und Tor geöffnet für ein paar Adjustierungen, sag ich so mal so, wie man die Daten sich schon ein bisschen hindrehen kann. Alleine zum Beispiel bei den letzten Arbeitsmarktdaten im Mai waren 414.000 Stellen mal eben abgezogen worden, wegen Seasonal Adjustments. Die davor waren sogar über 800.000 Stellen. Also da kann man mit Nullen ja geradezu um sich schmeißen. Insgesamt, wie Sven Hendrik erneut bemerkt hier, müsste die Fed eigentlich jetzt schon längst umgesteuert haben, wenn die Fakten sich ändern. Man kann ja durchaus argumentieren, dass diese Geldpolitik richtig war, um totale Panik an den Märkten zu vermeiden, die sich dann vielleicht in die Wirtschaft durchgefressen hätte. Aber jetzt sehen wir, dass die Recovery, die Erholung stärker ist als eigentlich erwartet. Wir sehen, dass die Inflation stärker ist als erwartet. Aber die Fed macht eben erst mal so weiter, als wäre nichts passiert. Und das führt dazu, dass jetzt alle im selben Boot sitzen, dass alle total euphorisch sind. Ich natürlich auch. Und wir hier jetzt eben dann immer wieder die Aussage, auch seitens der Fed haben, wie Mohamed El-Erian jetzt bemerkt. Die Fed sagt uns immer, die Inflation ist transitory, transitory. Also vorübergehend. Aber Mohamed El-Erian sagt, ich spreche mit vielen Firmen. Und da heißt es, das ist wohl nicht transitory. Und wem glaubt man jetzt? Der Fed oder den Unternehmen? Die Märkte jedenfalls glauben, der Fed und nicht den Unternehmen. Das ist ja gutes Recht, weil das Glas ist ja immer halb voll und nicht halb leer. Also dementsprechend eine sehr rationale Haltung. Rabobank heute mit einer interessanten Analyse. Die sagt, die Fed müsste den Merkmal des Heroin wegnehmen. Have you seen Junkies without Heroin? Haben Sie jemals schon mal Junkies ohne Heroin gesehen? Aber natürlich wird die Fed das erstmal nicht machen. Denn es geht schlichtweg um zu viel. Sie hat diese Blase aufgeblasen. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit der um? Und wie stark diese Blase aufgeblasen ist, das sehen wir mal bei den Geldzuflüssen in die Aktienmärkte. Erstes Halbjahr jetzt, diesen Jahres absoluter Rekord hatten wir noch nie. Auch nur ansatzweise in der Form. Das heißt, die finanzielle Repression, die zwingt geradezu Investoren, Mangelsalternativen eben in die Aktienmärkte. Damit sitzen dann, wie gesagt, alle im selben Boot. Da darf dann keine Welle kommen. Nichts Unvorhergesehenes kommen. Sonst haben die ein Problem. Wenn die ganze Geschichte so weitergehen würde. Also wenn jetzt im zweiten Halbjahr der Trend sich genauso fortsetzen würde, wie im ersten Halbjahr 2021. Dann wären in diesem Jahr mehr Gelder an die Aktienmärkte der Wall Street geflossen, als in den letzten 20 Jahren zusammen. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, da ist wirklich All-In noch eine fast untertriebene Feststellung, was hier die Positionierung der Investoren betrifft. Jetzt kommt es noch bullischer, meine Damen und Herren. Wir wachsen jetzt schon langsam die Hörner hier. Hier sehen wir, dass die Juliwoche, also nach dem 4. Juli, historisch gesehen sehr, sehr positiv ist. In den allermeisten Fällen geht es da nach oben am Montag. Ja, Independence Day in den USA. Das wird wieder ein Totentanz dann hier am Montag. Ich freue mich schon riesig drauf, weil das dann meistens begrenzt unterhaltsam ist. Da wird dann auch in Europa nicht mehr viel laufen, wenn die Amerikaner mal Urlaub machen. Aber jedenfalls normalerweise die erste Hälfte des Juli natürlich ist sehr positiv und noch positiver ist, wenn das erste Halbjahr so positiv ist wie in diesem Jahr. Wenn also der S&P 500 mehr als 1200 Prozent im Plus ist und das ist er in diesem Jahr, dann sind die nächsten sechs Monate in der Regel auch positiv, weil eben das Narrativ irgendwie intakt ist. Alles gut, Goldilocks, Fett, Dorfisch, Wirtschaft gut, Inflation, Transitory. Das sind die Dreifaltigkeit gewissermaßen der Märkte. Die anderen haben da einen Heiligen Geist und dann Jesus und dann Gottvater und die anderen haben halt die Fett und die Wirtschaft und die Inflation. Das, was er praktisch da vorzieht. Jetzt abschließend noch Robin Hood geht an die Börse. Dieser Broker kann man sagen, der vor allem mit der App hier arbeitet und vor allem sehr viele Junge in den Markt gebracht hat. Hier hat mein Kollege Claudio Kummerfeld einen Artikel geschrieben. Vorsicht ist geboten. Warum, kann man vielleicht gleich mal zeigen. Erstens hat Robin Hood, die ja eigentlich versprochen hatten, den Handel, die Börse zu demokratisieren, indem sie kommissionsfrei, gebührenfrei immer mehr Menschen den Zugang zu dieser Börse ermöglichen. Die mussten jetzt aber mal eben 70 Millionen Dollar an Strafe zahlen, weil offenkundig sie ihre Kunden irgendwie benachteiligt haben. Ja, wie kann das denn sein? Die sind doch lupenreine Demokraten des Handels. Ja, wie ist dies möglich? Unter anderem, indem sie eben ihren Orderflow, also praktisch das, was die Leute ordern, an Hedgefonds wie Citadel weiterleiten. Und Citadel bezahlt dafür pro Quartal alleine 100 Millionen Dollar. Warum machen sie das? Weil sie damit einen kleinen Informationsvorsprung haben. Sie sehen also, okay, die Leute wollen Dogecoin kaufen oder AMC oder irgendwas. Und dann tun sie das einfach eine Millisekunde vorher und das ist ihnen ein paar millionische Wert. Wenn wir jetzt mal die Zahlen von Robin Hood angucken, die jetzt vorgelegt wurden, dann sehen wir, dass 80 Prozent der Umsatzsteigerung durch erhöhte Zahlungen für den Orderflow kommen. Also da werden die Leute faktisch veräppelt, kann man sagen. Es wird ihnen gesagt, du hast keine Gebühren, aber faktisch ist die Ausführung dann, wenn ich auf den Knopf drücke, schlechter, weil der Hedgefund ja vorher schon drin ist, der sozusagen dann einfach ein Stück, eine Millisekunde eher drin ist, sodass normalerweise ich dann einen höheren Preis bezahle. Vor allem aus dem Kryptobereich, also da scheint man richtig abzusahnen, da sind die Spreads auch noch teilweise höher. Also das ist so eine Geschichte und vielleicht hier noch diesen Tweet, das wollte ich nicht zeigen, sondern diesen Tweet hier von Jared Dillian, der sagt, der Glencore IPO, also dieses Rohstoffunternehmen, das war damals das Top bei den Rohstoffen, Blackstone. Das IPO war damals der Hochpunkt bei Private Equity, Coinbase war damals der Hochpunkt bei den Kryptowährungen. Bitcoin, Bitcoin ja jetzt nach wie vor halbiert etwa zum Hoch aus dem April und Robinhood wird wahrscheinlich das Ende der Meme-Stocks sein, da könnte was dran sein. Aber nein, meine Damen und Herren, ich habe versprochen, ich bin total bullish und deswegen ist das alles nicht wahr, sondern die Märkte werden weiter steigen, die Meme-Stocks werden weiter steigen, die Kryptowährungen werden weiter steigen, die FED wird nie wieder etwas tun, die Aktienmärkte werden sich verzehnfachen, wir alle sind glücklich. Und dann sind wir immer reicher an Erfahrung zumindest, wie es ist, in einer solchen Blase zu leben, die sich scheinbar unendlich weiter aufbläht. Wehe nur, wenn da mal eine kleine Nadel kommt und rein sticht in diese Blase, dann bin ich mal gespannt, was passiert, wenn alle im selben Boot sitzen. Jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende, bis Montag, Servus und Ciao.